Kampf Nummer 6 ist sein Catch-Weight-Duell bis 74,8 Kilogramm. Kämpfer Nummer 1 feiert sein MMA-Profi-Debüt. Er wog ein mit 74,65 Kilogramm. Er repräsentiert das Team Stripe MMA und Passion MMA aus Wiesbaden. Timo Ernst! Und der Mann feiert natürlich nicht sein Debüt, sondern kommt hier mit einer lupenreinen Bilanz von einem Kampf, einem Sieg und einem Knockout in dieses Duell. Sein Gegner wog ein mit 74,44 Kilogramm. Er repräsentiert das Team MMA Spirit aus Frankfurt. Fabio Schäfer! Und der Mann feiert das Team MMA-Profi-Debüt. Also da gibt es schon die ersten Mind-Games hier auf der Bühne. Großen Applaus für Timo Ernst und Fabio Schäfer! Jungs, kommt hier noch ein kurzes Wort von euch beiden. Ja, ein Kampf, bei dem eine ganze Menge auf dem Spiel steht für beide. Vielleicht zuerst mal zu dir, Timo. Du hast dein Profi-Debüt schon hinter dir erfolgreich bestritten. K.O. in der ersten Runde. Jetzt hast du hier einen Mann vor dir, der sehr, sehr unbedarft hier reinkommt, aber eine Menge Reichweite hat. Er hat einen großen Namen, hat die Chance für dich hier schnell mit einem Bang in der deutschen Szene einzuschlagen. Wie gehst du in diesen Kampf? Ich knall ihn weg. Gar keine Frage. Du bist hier sehr schnell auf Tuchflügel gegangen auf der Bühne. Ich habe es Mind-Games genannt. Gehört das zu deinem Stil? Willst du ihn hier vorher schon ein bisschen verunsichern oder ist das immer deine Art? Keine Ahnung. Kann ich gerade nicht sagen. Gib uns eine Prognose. Ich habe einfach nur Bock. Erste Runde K.O. Klare Ansage. Fabio, ich komme kurz zu dir. Für dich steht hier eine ganze Menge auf dem Spiel. Du hast eine erfolgreiche Karriere als Sportler, als Extremsportler. Hast eine Mountainbike-Karriere. Bist durch Seven vs. White in aller Munde gewesen. Viele, viele Monate lang das absolute Hit-Format auf YouTube gewesen. Warum tust du dir das hier an? Ganz einfach. Halb Bock Angriff. Ich habe einfach Bock da drauf. Die letzten Monate. Arsch aufgerissen. Jeden Tag im Gym. 1000 Kilometer die Woche gefahren. Nach Frankfurt gezogen. Ich habe einfach unendlich Bock. Großen, großen Respekt auf jeden Fall dafür. Du hast eine Menge geopfert für diesen Kampf, für diesen Moment. Jetzt ist Training, aber Training und Kampf ist Kampf. Jetzt stehst du hier oben. Die Kameras sind an. Dein Gegner steht hier vor dir. Austrainiert. Geht direkt auf Tuchfühlung. Wie fühlst du dich gerade? Gut. Ich bin das gewohnt, dass Kameras auf mich gerichtet sind. Ich weiß auch, was ich mich eingelassen habe. Ich habe alles beim Training gemacht, was ging. Ich fühle mich top und frei im Kopf. Dann gib du uns auch noch eine Prognose. Wie wird der Kampf morgen ausgehen? Drei Runden Boden wischen. Klare Ansage. Großen Applaus für Timo Ernst und Fabio Schäfer. Kampf Nummer 6 ist ein Duell im Weltergewicht bis 77. Bis NEI Weitere END AND conve schon Deine 哀